Willkommen zurück bei Wolf bei der IP mit, äh, Don't Starve, Reign of the Giants. Ja, ich wurde korrigiert, es heißt Reign of the Giants, nicht Reign of the Giants. Also die Herrschaft der Riesen, die wir noch nie gesehen haben. Hoffentlich treffen wir sie heute. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wo wir denn waren. Ach ja, wir waren hungrig. Ansonsten weiß ich leider nichts mehr. Das ist immer das Problem, wenn ich so viel, äh, so lange nichts aufnehme, dann habe ich im Nachhinein keine Ahnung mehr. Hier ist ein Maulwurf. Ich werfe als erstes mal ein Blick auf die Karte. Hm. Ja, mal gucken, wo wir sonst so hinkommen. Ich laufe jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Dö, 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 dö. Ja, die Orientierung von mir ist mal wieder spitze, aber das ist ja an sich alles nicht so schlimm. Mich freut mich immer noch, was, äh, Weberskull uns genau bringt. Hätte ich eigentlich mal nachgucken können. Habe ich aber nicht. Hatten wir eigentlich überhaupt irgendwo ein Lager aufgestellt? Glaub nämlich nicht. Oh, jetzt seht ihr gerade in Skype, dass meine nette kleine Freundin angekommen ist. Das ist so groß wie ich. Ähm, ja, ich habe kein Lager aufgestellt. Das bedeutet, ich werde mir eins machen. Wo genau, weiß ich allerdings noch nicht. Oh, Torch Runout. Schnell eine neue machen. Bevor uns hier die Dunkelheit mal wieder alles zerreißt. Ne, hier ist, äh, ich hoffe, Exe meinen Valrus. Valrus? Valrus. So. Ja, ein Valrus-Camp. Ähm. Weitergebracht hat uns das jetzt auch nicht sonderlich, außer, dass wir da drüben das Wasser gefunden haben. Und jede Menge Spinnen. Ich wollte mich ja eigentlich an einem Ort einnisten, der so ein bisschen heimatlich wäre. Den haben wir aber bis jetzt noch nicht gefunden. Also, wo es viele Bärenbüsche gibt und sowas. Dark Slicer spielt dieses Spiel derzeit exzessiv. Ja, der treibt das wirklich, also der studiert dieses Spiel mehr als, ja, er für ein Studium macht. Ja, das kann jeder selber entscheiden. Ihr wisst ja, wie ich dazu denke. Ich denke mal, ihr habt es ja aus den anderen Displays vermutlich mitbekommen. Und ich habe mal wieder vergessen, einen Timer zu stellen. Den werde ich gerade nochmal schnell machen. So, mit einer Hand passt. Habe ich den jetzt überhaupt richtig gestellt? Ja, hups. Jetzt habe ich die, äh, Torch verbraucht. Ungewollt. Äh, ja. Ja, ich denke mal, hier werde ich mich einrichten. Was fehlt uns denn noch? Holz und Steine. Holz ist kein Problem. Steine sind ein größeres. Und da vorne sehe ich doch was. Ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Das hier ist ein Eyebone. Und der bringt uns den lieben Chester her. Dieses Monster hier ist, äh, eine wandelnde Kiste. Das hier stagge ich jetzt mal so lang es auf dem Boden liegt. Und tue es gerade mal in Chester rein. Der geht uns nämlich damit extrem zur Hand. Und nimmt uns da sehr, sehr viel Inventar-Problematik ab. Und solange wir den Eyestone in der Tasche haben, wird Chester uns egal wohin folgen. Das macht es uns natürlich unheimlich leicht, hier durch die Gegend zu laufen. Und hier vorne seht ihr schon Frösche. Frösche sind, äh, ein paar der schlimmsten Gegner, die es gibt. Weshalb ich diese Ponds trockenlegen will. Ja, schlafen sie hier. Hier, das sind auch die schlimmsten. Also wir haben uns hier zwar in einer, also ich hab mir gedacht, dass wir uns hier in einer relativ lebhaften Stelle einnisten. Aber gleichzeitig ist es auch eine der gefährlichsten Stellen, muss ich feststellen. Klingt doof, ist aber so. So, wir holen uns jetzt erstmal Steine und Gold. Gold haben wir zwar noch, aber Steine nicht. Eigentlich möchte ich von diesen Tümpeln mit den Fröschen relativ weit weg sein. Äh, es ist so, alles nicht so, äh, ich bin mir nicht sicher. Wird den Fisch eigentlich essen? Ja, den kann ich sogar essen. Ohne, dass er uns was tut, mein ich. Mal gucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich uns ein Zuhause errichten soll. Ich hoffe ja, hier unten rechts, da kommt jetzt irgendwie das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt oder so. Naja, hier sieht's zumindest annehmbar aus. Aber ich niste mich eigentlich immer gerne so am Rand zum Wasser. Ja, ja, so viel zu Wasser. Äh, so ein bisschen ein, weil dann hat man immer so was mehr auf seiner Seite. Dann weiß man, es kann nur von einer Seite was kommen. Deswegen hier so, wenn ich mich hier in der Ecke einlisten würde, wäre das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn hier halt in der Nähe jetzt keine Bärenbüsche sind, das ist wiederum schlecht. Ja, man merkt, einen geeigneten Ort zu finden, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil, ihr seht ja, ich renne hier rum. Aber so einen wirklich passenden Fleck an Land habe ich noch nicht gefunden. Fehlt noch so das gewisse Etwas, das wo ich sage, ja, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich für immer leben. Aber irgendwie fehlt das so ein bisschen. Aber so erkunden wir zumindest mal die Landschaft. Ich hoffe, wir haben noch genug für Fackeln, muss ich gerade mal gucken. Was brauchen wir denn da? Ja, zwei Fackeln kann ich noch machen, das ist eine Nacht, die ich damit überstehe. Ach, ich dachte schon, ich habe... Ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch den Maulwurf gehört. Ich dachte schon, das wäre ein böser, böser Gegner. Aber nein, es war nur ein lieber kleiner Maulwurf, der hier Steine frisst. Sind es da uns nämlich mir auch mal lieber mit, man weiß ja nie. Zweige sind auch nicht schlecht. Und ich glaube, jetzt hier drüben haben wir so ein Fleckchen Land gefunden, das ich wollte. Weil hier ist eigentlich alles in der Nähe. Hier sind Steine. Zumindest ein Bärenbusch. Gut, aber ansonsten sieht es hier auch ein bisschen karg aus. Ja, das ist alles nicht so der Punkt, an dem ich gerne leben würde. Aber wir haben leider nicht so viel Alternative. Äh, ja, du kommst mal hier. Das Holz nehme ich mir mal raus. Ich glaube, ich werde hier mein Lager aufschlagen. Oh, ist das nicht eine liebe Axt? Sie hat uns vermisst. So, wir pflanzen hier natürlich neue Bäume für unseren selbst angelegten Wald, in dem wir jederzeit hier abholzen können. Das Feuer haben wir jetzt für die Nacht. Was brauchen wir denn sonst noch? Da brauchen wir noch Steine. Das ist ja kein Problem hier. Wir liegen ja überall in der Nähe, Steine. Und Bären. Aber es wird gleich Nacht, da sollte ich lieber schnell zurück zum Feuer laufen. So, jetzt schnell, Bewegung. Boli, beeil dich. Ja, Samen kann man auch immer gebrauchen. Die rösten wir gleich mal über dem Feuer. Ich meine, jetzt ist Nacht, jetzt können wir hier auch ein bisschen kochen. Und Chester schläft in der Ecke. Boli hat so ein paar Besonderheiten. Also, das mit dem Holzfällen, habt ihr gemerkt, geht relativ schnell. Das ist, glaube ich, Chesters größte Stärke. Äh, Chesters, äh, Boli's größte Stärke, dass er hier sehr, sehr schnell das ganze Zeug abholzen kann. Ja, das Thermal könnten wir machen, damit kriegen wir nämlich raus, wann es Winter wird. Aber das brauchen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. So, das Feuer wird mal wieder ein bisschen kleiner. Da sollte ich mal ein bisschen was nachkippen. Also, einen Stock reinwerfen. Und ich werde mal ein paar Seeds essen, um hier den Mageninhalt wieder zu erhöhen. So, in die Chest können wir jetzt alles reinpacken, was wir bei Chester nicht zwangsweise brauchen. Äh, ja. Ich habe mich schon gewundert, aber gut. So. Hm, Zweifel. Was können wir denn da machen? Nix. Doch, hier, wir könnten eine Vogelfalle bauen. Das ist doch schon mal, gar nicht mal so schlecht. Ohne Fishing World. Habe ich noch nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da müssen wir zu so einem Tümpel da oben gehen. Hier so eine Vogelfalle hinsetzen. Da legt man dann ein paar Seeds rein. Wenn wir wiederkommen, sollten wir eigentlich einen Vogel gefangen haben. Wir verfolgen die Spuren. Oh Gott. Nebel. Ihr wisst ja, Nebel ist fürs Herren nicht gerade gut. Ich würde auch gerne außen rum gehen. Aber die Spuren führen, glaube ich, direkt da durch. Ich habe eh keine Schaufel dabei. Können wir uns eine machen? Ja, Schaufel könnten wir theoretisch machen, wenn wir uns wieder zu unserem Lager zurückbegeben. Wollte ich jetzt aber eigentlich noch nicht... Wollte mich hier noch ein bisschen umsehen. Gras kann man immer gebrauchen. Aber zum Überleben fehlt noch so ein bisschen der Kern. Ja, hier ist ein Dungeon, da könnten wir theoretisch runtergehen. Möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht. So, hier ist ein Tümpel. Dann... Angeln wir doch mal. Oh. Das ist praktisch. Was nicht so praktisch ist, ist der Frosch da drüben. Ihr seht, der klaut uns lauter Items. Deswegen mag ich diese Tümpel eigentlich eher weniger. Aber gut, jetzt... Wir haben ja die Holzrüstung an. Das ist... Dann nicht ganz so schlimm. Aber das mit dem Angeln finde ich eigentlich relativ praktisch. Da können wir uns nämlich massig an Essen... ...ranbringen. Ja, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Essen. Wir wollen ja nicht, dass das alles verderbt dann nachher. Hätte ich eigentlich noch ein paar mehr Spinnennetze gebraucht. Vielleicht treffen wir ja nochmal welche in dieser Gegend. Weil durch die Spinnennetze können wir noch mehr machen... ...als das, was wir bis jetzt alles bekommen haben. Noch viel mehr. Ja stimmt, wir könnten eigentlich mal was... ...essen, was wir hier so dabei haben. So ein paar Karotten. Wir nehmen natürlich hier alles mit, was wir kriegen können. Auf unserer Reise. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Maxwells Tür. Weil die hätte ich schon ganz gerne mal gefunden, damit ihr das auch mal seht. Seht jetzt meine ganzen Skeptkontakte. Das finde ich nicht ganz so toll, aber es ist ja... ...ne Ausnahme. Okay, das nehmen wir natürlich alles mit. Brauchen wir auch noch. So, wir verfolgen die Spuren. Vielleicht finden wir ja bald Büffel. Oder wieder den Kump... Ah, hier sind sie. Büffel. Mit denen sollte man sich nicht unbedingt anlegen. Aber ihre Hinterlassenschaften... ...kann man ausgezeichnet benutzen, um sich irgendwo einzurichten. Oder als Feuer. Also als Zünder. Zündstoff für... ...ja, Feuer. Ich guck grad, ob hier irgendwo noch Hinterlassenschaften liegen da vorne. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Wir können uns dann nämlich eine Schaufel bauen. holen uns, graben die ganzen Bärenbüsche aus und pflanzen sie neben unserem Hauptwohnsitz wieder ein. Ich kann jetzt leider noch keine Schaufel bauen, weil ich irgendwie verpeilt habe, da mal eine zu machen. Und jetzt ist fast wieder Bettzeit. Na, da wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich nach Hause laufen würde. Hm, ist das weit weg von hier? Mal auf die Karte gucken. Da unten sind Spinnen und hier ist... Hier ist zu Hause. Ja, da gehe ich wahrscheinlich dann durch den Nebel. Oder ich muss halt hier schlafen. Kann ja auch im Notfall... ...ja, Kacke anzünden. Klingt doof, ist aber so. Und ich würde sagen... Na, ich beende aber, bevor es jetzt Nacht wird, den Part an dieser Stelle. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Dann habe ich halt für die nächsten paar Sonntage noch ein bisschen was. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Schaufel Jacob Schaufel 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 Vielen Dank.